Täglich grüßt das Chinatier. Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute habe ich für euch von Guan Can die 100149 mitgebracht. 330 Teile. Laut Guan Can soll das ein Nissan Fairlady 240 GZ darstellen im Liberty Walk Design. Meiner Meinung nach ist dieses Liberty Walk Design aber eher auf dem Nissan S30 Fairlady Z zu finden. Aber ich glaube da sind wir im Bereich der Wortglauberei langsam angekommen. Es sind auf jeden Fall beides wundervolle Sportcoupés. Diese Ausführung vom Liberty Walk Body Kit war in Essen zum Beispiel 2080. 2080. 2080 sogar in Deutschland zu bestaunen und es ist wirklich ein wunderschönes Auto und gerade für Nissan Fans sicherlich eine Ikone. Guan Can hat sich hier herangetraut in seiner Racing Series und hat dieses Set hier rausbekommen. Es ist mal wieder ein China Eigenimport, das heißt wir haben keine Originalverpackung. Das ist ja fast schon Standard, aber ganz ehrlich ich möchte euch sowas mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis zeigen und das ist eben meistens von AliExpress, Temu oder anderen Apps. Ich würde aber sagen ich mache jetzt mal den Beutel auf und wir schauen uns zusammen die Steinetüten und die Anleitung an. Hier habt ihr schon mal einen ersten Blick auf die Steinetüten, über die Qualität der Steine reden wir wie immer während des Baus. Das war bei Guan Can ja in letzter Zeit manchmal eine Wundertüte und wir haben auch wieder einen großen Stickerbogen dabei. Gut, das war logisch bei diesem Fahrzeug, trotzdem wäre es natürlich cool, wenn wenigstens ein Teil davon geprintet wäre. Das Stickerbogen ist in einer Folientüte, in dieser Tüte ist auch einzeln nochmal die Basis für das Fahrzeug, die Scheibe und wir haben den Träger mit den Radkappen drin. Und dann haben wir natürlich die Anleitung designmäßig, genauso wie der GT40, den ich ja auch schon mal vorgestellt habe und die Box hat auch so ein Design. Die Anleitung ist wieder klammergebunden, die Papierqualität ist völlig in Ordnung. Auf der Rückseite sehen wir das Fahrzeug nochmal von hinten und die zwei verschiedenen Radkappensätze, die dazu sind. Wir haben beide Figuren nochmal im Blick, bei denen ich immer wieder sagen muss, das kann aus China schief gehen, wenn das Lego irgendwie beanstandet, dass es im Zoll hängen bleibt. Und wie wir das von Guanjan kennen, ist alles ausgegraut, was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird, wird in Vollfarbe dargestellt. Und die Sticker sind dann immer so ein Zwischending zwischen ausgegraut und eben, dass sie ihre Farbigkeit behalten. Insgesamt haben wir 21 Bauschritte auf zwölf Seiten verteilt. Hier bauen wir noch die Figuren zusammen, haben auch die Explosionszeichnung dazu. Und auf der 14. Seite ist nur nochmal das gesamte Set dargestellt. Eine Teilliste habe ich leider für euch nicht dabei. Also ich freue mich auf jeden Fall schon mal auf dieses Fahrzeug, weil ich ja generell auf japanische Autos stehe und auch natürlich diese Liberty Walk Body Kits immer richtig, richtig gut aussehen. Und da hoffe ich natürlich, dass das hier bei diesem Guanjan Fahrzeug auch der Fall ist. Wir sehen uns auf jeden Fall nach dem ersten wichtigen Bauschritt wieder. Und wir sehen uns das erste Mal wieder nach 10 Bauschritten für einen kleinen Zwischenstand. Wir haben schon die Kotflügel herangebaut und die Grundform von Fairlady ist schon ganz gut zu erkennen. Die Steinequalität ist von der Verbaubarkeit wirklich gut, das macht Spaß. Es ist nicht ganz auf Lego Niveau, aber wir haben hier ordentliche Steine. Vom Aussehen gibt es Nachholbedarf, weil dort die Steine teilweise sehr matt oder auch zerkratzt angekommen sind. Also sowas hier ist schon ein extremes Beispiel. Die Anleitung war bisher super einfach und hatte keine Fehler. Und auch die Konstruktion hat bisher wirklich Spaß gemacht. Also weiterem Bauspaß sollte hier eigentlich nichts im Wege stehen. Dementsprechend baue ich jetzt auch weiter und wir sehen uns dann wahrscheinlich gleich mit dem fertigen Fahrzeug wieder. Und damit sehen wir uns auch schon mit dem fertigen Nissan Fairlady mit dem Liberty Walk Body Kit wieder. Der Bau hat weiterhin Spaß gemacht, die Teilequalität war weiterhin gut. Also da lässt es sich auf jeden Fall gar nicht meckern. Es sieht auch fertig gebaut wirklich, wirklich gut aus. Meiner Meinung nach sogar besser als auf den Produktfotos, wenn man das mal vergleicht. Dieses Fahrzeug mit dem gebauten Fahrzeug, mir gefällt es fast so besser, wie es gebaut ist, als wie sie es hier auf dem Foto sicherlich gerendert haben. Viel vom Aussehen wird natürlich durch die Sticker erreicht. Die Stickerqualität ist generell ordentlich. Es gibt natürlich bessere Sticker, gerade die Volltransfersticker, aber diese Sticker sind relativ dick und verdecken damit auch einiges. Und das müssen sie auch, denn sie gehen an einigen Stellen über mehrere Steine. Gerade hier über viele Steine. Auch dieser längliche Sticker geht über viele Steine. Das ist natürlich generell nicht so schön. Ich bin immer dafür, wenn schon Sticker, dann wenigstens nicht über mehrere Steine. Hier wird es über mehrere Steine geklebt. Die Stickerqualität gibt das Herr vom Aussehen. Aber richtig auseinanderbauen kann man es eben nicht mehr. Okay gut, das Auto wird wahrscheinlich auch so im Regal landen und nie wieder umgebaut. Weil es eben mehr ein Display-Set für Nissan-Fans ist, als ein wirkliches Spiel-Set. Das liegt natürlich auch daran, weil man in so einem Speed Champion nicht allzu viele Funktionen hat. Er kann rollen, das reicht natürlich für einige schon zum Spielen, aber er rollt relativ schwergängig. Da rollen originale Speed Champions von Lego auf jeden Fall leichter. Wir können auch wieder die Scheibe abnehmen und zwei Figuren reinsetzen. Das Cockpit ist relativ spärlich eingerichtet. Es reicht aus. Es soll ja auch ein JDM-Tuning-Fahrzeug darstellen. Da ist natürlich nicht so viel an Einrichtungen drin. Und deshalb kommt das Ganze auch gut hin. Besonders gut hat mir gefallen, dass hier der Blinker und die Leuchten vorn wirklich gebaut sind und eben keine Sticker sind. Und auch das Heck gefällt mir richtig, richtig gut, dass die Formen von diesem Liberty Walk Fair Lady richtig gut getroffen wurden. Übrigens steht hier überall Liberty Walk. Weil es eben keine offizielle Lizenz hat. Aber ich habe in den Kommentaren von euch erfahren, gerade als es um den Audi ging, dass euch die Lizenz da gar nicht mal so super wichtig ist, wenn das Fahrzeug zu erkennen ist und man damit eben Spaß hatte. Zu dem Fahrzeug haben wir noch ein paar kleine Ersatzteile. Ist nicht wirklich nennenswert. Ein paar Bügelperren sind dabei. Und eine einmal einer Round Blade. Und eine schwarze einmal einer Blade. Es ist noch der Träger dabei mit vier alternativen Radkappen. Mir haben aber diese Grobspeichigen besser gefallen als die Feinspeichigen auf diesem Fahrzeug. Und wenn wir das Cockpit abnehmen können und Figuren reinsetzen können, haben wir natürlich auch Figuren dabei. Die Figuren sehen in Ordnung aus. Die Druckqualität könnte besser sein. Sie sind auf der Brust bedruckt und auf dem Rücken bedruckt. Die Beine haben keinen Druck abbekommen. Sie haben beide so einen weißen Standardhelm. Haben auch keine Wendegesichter. Also sie haben wirklich nur diesen Blick drauf. Mir sind persönlich die Arme aber viel zu leichtgängig. Und sie stehen auch nicht wirklich fest. Also wenn man hier ein bisschen daran spielt, merkt man direkt, wie sie sich unten von dem Stein lösen. Also die Qualität der Figuren könnte um einiges besser sein. Und da bin ich wieder an dem Punkt, wo es mir das eigentlich nicht wert ist, die Figuren zu importieren. Wenn ich es hier nicht vorstellen würde und als Review die Figuren euch zeigen möchte, ob sie eben gut sind oder nicht, dann hätte ich in diesem Fall wieder bei AliExpress den Verkäufer angeschrieben und hätte gesagt, bitte nehmen die Figuren raus. Weil wenn deshalb das Set dann im Zoll hängen bleibt, hat niemand was gekonnt. Mal davon abgesehen, ob man das nun gut findet oder nicht, dass Lego das dort so limitieren möchte. Aber die Figuren sind qualitativ auch einfach nicht gut. Als Fazit haben wir aber hier auf jeden Fall ein richtig, richtig schönes Auto. Für Nissan-Fans legendär und von Quan Can hier sehr gut umgesetzt. Natürlich viele Sticker. Wer damit gar nicht klarkommt, kann es nicht kaufen. Denn ohne Sticker ist natürlich auch nicht dieses Liberty Walk Design. Die Stickerqualität ist gut. Wie sie angebracht werden, könnte ein wenig besser sein. Wir haben hier auch interessante Bauabschnitte. Es gibt keine Fehler in der Anleitung. Und wir haben alles in allem eine recht gute Steinequalität. Die Farbtreue im Weiß könnte wie immer ein bisschen besser sein. Auch die Farbtreue der Sticker zum Weißton könnte ein wenig besser sein. Im Rotton sieht es schon viel besser aus. Aber für die 13 Euro, die man hier bezahlt, ist es auf jeden Fall ein fairer Preis. Und ich hatte viel Spaß mit diesem Set. Das ist auch eines dieser Sets, was ich wieder in meine Sembo Garage packen werde. Und mich jeden Tag freue, wenn ich es sehe. Weil ich ja wie gesagt generell auf alte japanische Autos stehe. Wenn euch natürlich dieses Video gefallen hat, lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr dieses Set selber besitzt, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Das würde mich wie immer sehr interessieren. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Euer Valleybrick. Ich wünsche euch noch einen Daumen nach.